Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ganz kurz in eigener Sache, unsere Weihnachtsfutteraktion ist immer noch am Laufen. Wir haben auch verlängert, bis zum 17. Januar die Bestellung kommt immer noch rein. Und es ist jetzt nur so gekommen, dass Cognigy Number One Swim und Number Two Sink ist ausverkauft. Also wir wurden da wieder überrannt, die Vorjahresmenge wurde getoppt. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir werden das, was jetzt bestellt wird, das werden wir Anfang Mitte Februar nachliefern. Es ist dann wieder ganz frisch produziert. Und von daher ist es auch nicht schlimm, weil wir sagen, wir wollen jetzt nicht ewig bevorraten und Ihnen dann nachher Futter verkaufen, was vielleicht schon älter ist, sondern wollen immer schauen, dass das Futter, das wir über unseren Shop anbieten, möglichst frisch ist. Also, Sie können nach wie vor ganz normal bestellen und wir werden Teillieferungen machen. Also wenn Sie neben Number One Swim und Number Two Sink noch andere Artikel haben, werden wir die schon im Vorfeld versenden und dann Anfang Mitte Februar, je nachdem wie schnell wir die Produktion hinbekommen, werden wir dann nachliefern. Also an allen, die schon bestellt haben, vielen Dank. Unser Top-Geschenkgeschlager sind die Poster. Da bin ich mal gespannt, wenn wir dann wieder zu unseren Kunden rauskommen, zu bloggen, in wie viele Garagen und Gartenhütten wir unsere neue Poster sehen. Machen Sie es gut und tapfer bleiben. Bald ist der Lockdown vorbei. Jetzt wissen wir nur alle nicht, was heißt bald. Aber es wird vorübergehen, das ist sicher. Bis dann, ciao.